Pass auf, ich zeig dir wo... Nein, ich sterbe! Abhauen, abhauen, abhauen! Gary, stopp, du musst das... Oh Gott! Leute, wir können dir nicht helfen! Ich... ich schwebe! Ich bin... Gary... Ich... ich lebe noch, ich lebe noch! No! Du scheiß Fliege! Jo, und somit wieder. Herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge ARK! Hallöle! Ähm... Nicht schon wieder, oder? Leute, wir müssen euch mal was zeigen. Ich blende das jetzt. Also dieser kleine Kollege, keine Ahnung, der will uns die ganze Zeit töten. Ich blende euch mal ganz kurz mal was ein. Kusch dich. Was will der? Was will der? Nein, 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 nein. Alter. Alter, was will der hier? Verzähl dich, Bro. Lass ihn hier runterfallen. Okay, wie soll ich ihn da runterfallen lassen? Nein, ich versuche ihn da runterfallen zu lassen. Oh Mann, ey. Was ist das für... Warte, ich versuche ihn runterfallen zu lassen. Hier, so passiert das. Komm runter, runter mit dir. Kusch dich. Du kleines Mistvieh. Du kommst da einfach an, ey. Alter, no way, ey. Scheiß Mistvieh, ey. Ja, Leute, das ist... Bevor die Folge anfing, ist es passiert. Ach, Leute, nochmal vielen lieben herzlichen Dank für die ganze Resonanz in der ersten Folge. Also nochmal... Arigatou gozaimasu. Arigatou. Was hast du gesagt? Arigatou. Arigatou. Arigatou gozaimasu. Ja, unser Haus hat ein bisschen davongetragen, aber es geht. Man kann es halt reparieren, aber müssen wir jetzt nicht machen. So, und hier haben wir jetzt unsere zwei schönen Raptoren. Einmal, meine heißt Yui, so wie es immer mein Anfangsraptor. Und Gary hat ja schon Level 20, deswegen konnte sie es halt... Ne? Konnte sie es machen. Gary, ich würde sagen, das Viech will ja eh an unseren Raptoren am Arsch ran. Ja, von wegen am Arsch ran. Nix da am Arsch hier. Ach, und falls ihr euch fragt, woher ich diesen Speer habe, ja, Terrorbirds getötet, zack, haben wir halt ein Speer gekriegt, ne? Los, Gary. Auf, auf. Wir müssen in den Krieg. So, Freunde, die Raptoren sind draußen und dann will ich euch noch was anderes zeigen. Also, ich habe etwas hergestellt, das nennt sich Small Taxidermy Base. Und Gary meinte, das sind die Sachen, wo wir unsere Dinos draufstellen können. Aber da kann ich doch kein Raptor draufsetzen, oder? Nein, es gibt eine kleine, eine große und eine mittlere. Ach so, es gibt verschiedene. Deswegen hätte ich gesagt, lass uns mal ein Dodo-Thema das mal ausprobieren. Ja, und dann habe ich das hier, Gary. Ein Kratzer. Das sieht aus. Ey! Ja, und damit, warte mal. Ich habe Dämis bekommen. Ich habe Dämis bekommen. Dämis? Attach, äh, this Dermis to display it. Aber ich glaube, der ist zu klein. Nein, es geht. Wie? Es geht. Ach, wie geil. Oha, wie geil ist das denn? Hä? Es ist sogar dieselbe. Ne, no way. Warte mal. Mein Raptor. Nimm mal raus da. Ey, wenn das jetzt wirklich so ist, Leute, dann können wir jedes Mal einen Grabstein machen. Ja! Ach, wie geil ist das denn? Sogar die Federn bewegen sich. Echt jetzt? Ja. Leute, schaut euch das an. Das ist Jui. Wo? Äh, stimmt. Ich könnte jetzt nicht jeden. Auf Trophäenjagd hier. Ach, man könnte sogar jetzt einen Sattel rauf tun. Leute, wie geil ist das denn umgesetzt? Okay. Das muss ich wirklich sagen. Geil. Ähm, Gary, willst du deinen auch nochmal vorsichtshalber hier hinstellen? Hast du da noch einen Teil? Äh, nee. Ich stelle ihn kurz her. Okay, ich stelle jetzt nochmal einen her. Kostet auch nicht viel. Ist eigentlich ziemlich billig. Muss ich wirklich sagen. Für so ein geiles Ding. Ich bin gespannt, ob es davon jetzt wirklich noch größere gibt. Okay, passt auf. Wir setzen den jetzt dorthin. Und da kommt jetzt Gary hierher hin. Äh, wo immer der auch ist. Ich glaube, der war hier, ne? Oh ja. Genau. Zack. So. Und. Bam. Geil. Cool, wenn die beiden sich bewegen würden, ne? Das wäre übelst geil, Leute. Wenn die sich jetzt wirklich noch richtig bewegen. Episch. Aber ich glaube, das kommt noch. Jetzt müssen die Kleinen noch mitrufen. Alles klar. Ja, das wärs, ja. Wir haben uns jetzt gedacht, dass wir jetzt hier mal... Was denn? Hi, 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 hi. Was? Hi, 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 hi. Ich kümmere meinen Raptor an. Wieso? Was mit der Raptor? Hast du noch einen Hut für mich? Nee. Okay, dann lass mal hier hoch. Ich kam noch vor, weil ich gestorben bin. Ja. Oh, man kann wenigstens durchgucken. Okay. Vielleicht... Ey, weißt du, was geil wäre? Gibt es die Strukturen hier? Eigentlich wär's ja, äh, normal, dass die Strukturen hier wären. Oh, Tapijaras? Oh geil, es läuft gerade übelst flüssig hier oben. Ja, bei mir auch. Nice. Das hab ich selten. Das ist Dungeon, Gary. Hier ist aber sehr viel Bäume. Hier ist ein kleiner Baum. Guck mal, hier hätten wir uns hinpflanzen. Ah, nee, dann hätten wir hoch... Ah, nee, 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 nee. Spinnen, spinnen, spinnen. Wo? Vor uns. Ah, nicht schlimm, nicht schlimm. Hier ist noch ein Archer. Hier ist noch ein Archer, aber ein schöner Archer. Lass mal kurz hier weiter geradeaus. Meinst du, wir können die Spinnmunde machen? Ja, natürlich, komm mit. Ob sie drauf springen? Komm, 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 nicht drauf springen. Einfach töten. Ich helfe von hinten. Ah, der Spinn, ich sitze auf sie. No way. Okay, Gary, pass auf. Ich brauch mehr Stamina. Warte, 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 warte. Das muss man auch durchmachen. Was ist da oben runtergefallen? Von da ganz oben. Alter, ich seh das jetzt erst. Das sind riesige Gebäude, sind das. Okay, komm mit. Komm. Ich springe auf sie drauf. Okay, ich springe auf die Rechte drauf, okay? Okay. So, und? Yes, ich hab sie. Nice, Gary. Weiß sie tot, weiß sie tot. Mach sie, Molo. Und? Nice, Leute. Easy, easy. Alter, du kommst, du kommst, du lass mal mit dir. Alter, wie geil. Er fliegt doch los, fliegt runter. Oh, wie geil. Okay, lass mal gucken. Vielleicht finden wir hier etwas. Ähm. Ja. Die Brücke ist kaputt. Äh, komm, Spinne, komm. Wo? Komm, Gary. Runter. Kommst du mit mir. Einer hab ich, einer hab ich. Gary, ein Tech-Stego. Hier ist ein Tech-Stego. Okay, die sind zu dritt. Zu dritt, dann abhauen. Gary, hier ist ein Tech-Stego. Bist du von dort oben runtergesprochen? Natürlich. Ja, wohin? Ja, runter. Der Wächter kommt. Leute, also, wir haben auf jeden Fall bemerkt, falls man angegriffen wird von irgendetwas, dass ich... Nein, du kannst absteigen. Ich bin tot von der Araneo. Hä? Gary, what the hell? Äh, der Raptor wird gerade angegriffen. Ich rette ihn, ich rette ihn. Gary. Nein, das waren drei Spinnen. Oh, shit. Oh, shit. Okay. Gary, guck mal, gut, dass ich jetzt nicht hier bin, Gary. Ich habe dich gerettet. Ich habe deine Dino gerettet. Habe. Ja, bis jetzt sieht es gut aus. Sieht gut aus. Nice. GG. GG. Komm, schau. Schau dir diese Aussicht an. Da ist Wasser. Und da ist eine Drohne runtergekommen. Da ist das Wasser. Weißt du, wie das für mich aussieht? Ja. Schwefelwasser. Das ist Schwefel. Das sieht auch aus wie Schwefel. Vermut dich auch mal ganz stark, ja. Alter, hier brennt es. Äh, sehe ich gerade. Wir müssen aber hier weiter. Okay. Auf jeden Fall. Wir gehen heute da hin. Definitiv. Wir gehen heute... Denitiv gehen wir da hin. Spinner. No. Ich habe es nicht geschafft. Der Raptor konnte nicht springen. Hör. Hi, Jui. Du lebst noch. Oh Gott. Ich komme jetzt nicht runter. Ich habe übelst einen Feischhahn kassiert hier. Ich komme jetzt nicht runter. Ja, ich gehe weiter links lang. Pass auf, Terrobert ist da. Hier, zwei Stück. Okay, Kubi. Komm her auf den Schwarzer als erstes. Pass auf, die können ich doch runterpacken. Komm, Dino. Ach du Kacke. Schlimm, 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 schlimm. Er hat mich. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ich töte ihn. Ich bin der Tutikin, der Tutikin. Ich bin der Tutikin. Ich bin der Tutikin. Ja, 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 ja. Guck mal an, alter Schwede, Junge, alter Schwede. Weißt du, wie viel Leben ich noch habe? Ja, wie viel? Zehn. Ja, nice. Nice. Okay, hier ist ein zweiter Durchgang. Das ist ein goldener Tech-Raptor. Ich check es jetzt erst. Oh, hier ist gut. Der ist echt schön. Curry, mit auf den Stego. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Weiter, 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 weiter. Klatschi, 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 klatschi. Ess ihn auf, ess ihn auf. Ich esse ihn auf. Und Agatabes kommt. Ai, 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 ai. Das ist jetzt gar nicht so gut. So, komm. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich komme hier nicht mehr raus. Okay, ich bin wieder rausgedingstet. Hä, ich habe mich rausgebackt. Okay, warte mal. Oh Gott, der Raptor liegt nur noch. Da oben ist noch ein Tech-Raptor. Ein Router. Er hat uns. Er hat uns. Okay. Gary, ich will den Goldenen. Kümmer du dich um den Roten. Der Rote ist hinter dir her, ne? Ja, okay, pass auf. Ich will den Goldenen haben. Du kannst den Roten haben, okay? So, ich kümmere mich um den, okay? Ich pack das, ich pack das, ich pack das. Keine Ahnung wie, aber ich werde es packen. Kann ich dich reinlegen, Kollege? Nee, natürlich kann ich mich reinlegen. Kann ich den Agentarwissen holen? Keine Ahnung. Zachary, der Rote kommt zu dir. Oh shit, ich kann auch nichts machen. Oh, da liegt ein Raptor. Ist der tot oder lebt der noch? Ich weiß es nicht. Ich guck mal kurz. Ah, er ist abgebotet worden. Er ist tot. Gary, ich will wenigstens den Goldenen haben. Komm, komm, komm. Töte mit mir den Agitavis. Töte mit mir den Arji. Ein paar Sekunden später. Er hat mich runtergedingstet, Gary. Kannst du kurz? Bola ihn, bola den Raptor. Ich hab keine Bola mehr. Ich bin tot. Eine Ewigkeit später. Oh Gott. Er ist auf mich drauf. Er ist auf mich drauf. Er ist auf mich drauf. Er tötet mich. Ja, warte, 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 warte. Echt jetzt? Ja. Nein, 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 nein. Du kannst doch abhauen in der letzten Sekunde. Genau, pass auf. Ich, 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 ich geh mit meinem... Bola ihn, bola ihn, bola, 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 bola. Du kannst ihn doch nicht sofort nochmal bola. Er hat mich wiedergepackt. Warte, warte, warte. Er ist gebola, er ist gebola. Bola. Scheiße. Zwölf Sekunden später. Oh, ich ist wieder auf dem Arji drauf. Ey, Digga, komm hierher. Bro, her, komm. Der Arji und er, die beiden lieben sich. Kann doch sein. Ich glaub auch. Nein, er ist tot. Scheiße. So, wo sind wir denn jetzt hier? Wir sind... Ich verliere durchgehend Leben. Geil. Ähm... Ich, ich glaub, wir müssen zurück zur Stadt, ne? Ich glaub, hier können wir nicht gut über... Oder warte mal, lass mal ganz kurz hier hoch. Alter. Wo unten siehst du den Rack da unten? Keine Ahnung, aber schau dir das an. Was ist das? Ist das ein Arc-Ding, was umgekippt ist oder was? Alter, wie geil. Keine Ahnung, aber hier ist auch was dran. Ich weiß nicht, hier ist... Wo, 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 wo? Da, da bei dir? Okay. Ey, das ist eigentlich ein cooles Gebiet. Ähm, warum ist Hunger nach oben? Increased Food? Hä? Okay, ich denke mal, das regt den Hunger an oder sowas. Gary, hier wird's wieder grün. Ich glaub, hier sind wir safe. Ja, auch so. Oh, hier drüben ist etwas. Wieder so eine Ampel-Ding. Ein Tech-Para. Wo? Ein blauer Tech-Para hier. Nice. Lass mal weiter, lass mal weiter. Da. Gary. Ach. Da ist eine Hütte. Wo? Da. Hier geradeaus. Ich seh ne... Ja, okay. Hier, 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 hier. Ach, da. Und da ist ein Damm. Oder was das ist? Alter. Da ist ja wie ein pool. Auf geht's, baden. Hier ist ne Hütte. Das ist doch ein Tech, 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 Tech. Äh, Stego. Tech, Stego. Ein Eis. Hallo? 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 Hä? Bakro? Ja, that's me. Was machst du denn hier? Weißt du denn nicht? Alter. War auf einmal hier und, ja. Alter. Und Himmel und. Zwei Raptoren schon heilige Scheiße, Alter. Ja, du mit einem Terranodon. Und zwei Dodos. Alles klar. Nicht reingehen, nicht reingehen. Die machen gerade Liebe. Oh Gott. Ey, Alter, das sieht ja übelst geil aus, wo du bist. Ja, deswegen, ne, also hier bin ich auch ein bisschen sicher, habe ich mir so gedacht. Ja, bist du auch. Da kommen halt noch welche ran, aber das werde ich noch alles zubauen. Ja, aber hier ist gut. Hier ist nicht so viel Hitze und du hast hier ein bisschen Wasser. Du hast alles hier, was man braucht. Richtig. Genau deswegen. Alter, nicht dein Ernst. Hey. Hey, der tötet mich, der tötet mich. Hilfe. Hilfe. Der Terranodon. Hilfe. Leute, das musst du sein. Er hat sich so gut angeboten. Es tut mir leid, aber du hast dich so gut angeboten. Oh, Scheiße, Leute. Ich konnte nicht, ich konnte mir mein Zeiger ja, ging schon. I'm sorry, I'm sorry, aber du hast dich so sehr angeboten, da am Ende zu stehen. Das war zu geil. Ja, genau, 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 genau. Oh, Scheiße, Mann. Was macht ihr hier? Die Jignerassi hat uns hierhergeschickt. Wir sind hierhergekommen, hierherge teleportiert. Ich denke, man hat euch dann auch mitgenommen. Dann ist Pia bestimmt auch hier und Nino. Heilige Scheiße. Ja, aber bisher habe ich die noch nicht gesehen. Ich auch noch nicht. Wo die stecken. Ich glaube, deine Dottos wollen mich töten, oder? Das kann sein, ja. Okay. Okay, pass auf. Wir müssen, äh, du willst jetzt einen Koppi zählen? Nee, ich wollte gerade sagen. Nee, 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 nee. Wir müssen unbedingt los. Wir müssen unbedingt los. Wir wollen jetzt zum Schwefelgebiet hin. Kannst ja mitkommen, wenn du willst. Ach, die Scheiße. Äh, die Frage ist nur mit was? Ich habe ja nichts. Ach, Scheiße. Der Zerbruch ist ein bisschen kritisch, ne? So, Leute, pass auf. Also, mein Bruder Latoura, ne? Link dazu unten in die Videobeschreibung. Schaut am besten mal vorbei. Er nimmt hier auch auf. Er hat auch schon seine erste Folge draußen. Hat noch einer gerade aufgenommen, denke ich mal. Und ja, er will jetzt mitkommen. Er will mich gerade bohlen, alles klar. Okay, kommst du mit, kommst du. Wir können dich aber nicht beschützen, ne? Ach, du, das kriege ich auch so hin. Hahaha, das will ich sehen. Oh, 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 oh. Angriff, Angriff. Das glaube ich, deine Frauen greifen die Gary an. Hast du was getan? Äh, nee, das Ei wahrscheinlich, das der Flak wollte ich gerade aufheben. Alter, was ist denn hier los? Kein Plan, alles tot. Okay, willst du das eigentlich mitnehmen? So, wo geht's lang? Nee, nee, lass mal. Nee, nee, lass mal. Okay, hier geradeaus, hier geradeaus. Pass auf, ich zeig dir, da. Nein, ich sterbe. Oh, ich lebe noch. Makro? Ja. Wo bist du? Ach, das steht da oben, das steht da oben. Da oben, ich glaube, ich werde sterben, wenn ich hier runtergehe. Aber ich, ich muss runter. Äh, ja, versuch mal irgendwo runter zu kriechen. Geh rechts runter, oder rechts? Genau, rechts, rechts, rechts. Ah, sch- Nooo! Er ist mit dem Kämper vorangekommen. Oh, war das geil. Er ist geflogen wie ein Engel. Oh no, ey. Bin soweit. Okay, let's go. Let's go. Komm, Tegari. Auf in den Tod wieder. Ja, diesmal schaffen wir es. Diesmal schaffen wir es. Ähm, pass auf, hier lang? Ja. Und da müssen wir gucken. Wir müssen aber durchgehend essen. Wir müssen essen. Essen, 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 essen. Okay, hier war der geradeaus. Scheiße, Leute. Man muss hier wirklich durchgehend essen. Ach, du Kacke. Ja, es geht jetzt gerade bei mir. Raxi kommt. Ich bring ihn weg. Ich bring ihn weg. Oh, oh. Makro, er will nicht. Makro. Makro, er hat dich gefressen. Er hat dich zu fressen, Gerd. Oh, 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 er kommt hoch. Scheiße. Glaubst du, wir schaffen ihn? Wir schaffen ihn. Wir schaffen ihn. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Makro, du musst weg hier. Gary, weg, 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 weg. Die Raptoren, die Raptoren. Diese komischen Raptoren. Abhauen, abhauen, abhauen. Gary, stopp. Wir müssen das... Oh God. Oh God, ich werde sterben. Leute, wir können ihr nicht helfen. Oh shit. Gary, sie kommt zu dir. Sie kommt zu dir. Oh God. Gary, die schwarze Armee ist hinter dir her. Die schwarze... Gary, du... Alter, der Terranodon lässt doch nicht ab, ne? Lass uns ab nach Hause, ab nach Hause. Das ist gerade hier zu heftig. Ich glaube, mein Raptor wird das nicht durchstehen. Greift ein bisschen noch an. Oh God, Kranus. Ja, 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 ja. Oh God, Spino, sie ist alles gefährlich. Oh shit, ich gehe zum Schwefel hin. Oh God, sie ist alles... Lebst du noch? Ja, ne? Ja. Oh God, man kriegt hier durchgehend Schaden. Und er schkackt natürlich im ungünstigten Zeit... Äh, ba, 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 ba. Ein Spino. Es ist too dangerous, Mann. Es ist too dangerous. Ich gehe ganz süß zu Bakro. Bakro lebt noch? Nein, ich meine, ich gehe zu seiner Base. Ach, du gehst zur Base. Ja, ja, ich würde sagen, wir bleiben als erstes... Erstmal noch drin, okay? Ja. Wir bleiben... Sind das Knochen? Das sind Knochen. Oder Bäume, oder keine Ahnung. Geht da rein oder an, verpieße dich einfach. Oh shit, ich habe halt. Jetzt muss ich rein und weg. Ja, auf jeden Fall. Äh, ich... Ich komme jetzt auch zu dir, okay? Lass uns... Lass uns drin irgendwo treffen. Wir treffen uns gleich. Jo. Das ist mir zu heftig hier. Bakro ist hier, Bakro ist hier. Wie Bakro ist da? Ja, hier. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja, der Rumpf ist auf. No. Schnell, töt den, töt den, töt den. Terror Birds, alles kommt. So, warte, ich helfe, ich helfe. Oh Gott, er wird gejagt. Komm, 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 komm. Ich habe ihn abgelenkt. No, Gary, los, los, los. Packe die, packe die, packe die, packe, 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 packe. Oh Gott, und Terror Bird kommt. Alles kommt. Komm, Raptor. Jui, 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 Jui. Wo ist Bakro? Ich glaube, Bakro ist tot, oder? Bist du noch im Leben? Bist du hier irgendwo? Hallo? Er ist tot. Echt? Hundertprozentig. Nee, er ist da oben. Bakro, du lebst ja noch. Sicher, dass das Bakro ist? Hallo? Bin ich Bakro. Hä? Oh mein Gott. Was machst du denn hier? Ich habe ihn gerade gespawnt. Hä? Äh, okay, okay. Warte, mein Bruder habe ich hier gefunden. Eben gerade erst. Ich muss Gary kurz... Oh Gott, Pierre, sorry. Oh scheiße, ich bin gegen den Tod. Gary, er darf nicht sterben. Pierre? Ah, da bist du. Alter, wo warst du hier? Geil, Junge. Jetzt haben wir Bakro getroffen, dich getroffen, Junge. Let's go. Okay, Bakro ist jetzt bei der Base. Okay, wir müssen jetzt ein Bye-Bye sagen, ne? Ja, bis zum nächsten Mal, okay? Jo, bye-bye. Viel Spaß noch beim Sterben. Ja. Ja. Okay, Leute. Pierre haben wir jetzt auch noch getroffen. Wie gesagt, äh, von Parantic Brothers. Äh, der Kanal ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. So, jetzt gehen wir ganz kurz zur Bakro hin. Weißt du, was mir gerade auffällt? Ja. Wenn ich C drücke, ne, und ich dieses Brüll mache, greif mal an, beiß mal. Ja, dann sind wir stärker. Ja, ja. Ja, ich weiß, ich weiß. Ähm, aber auf jeden Fall, der Pierre hat nochmal seinen alten Charakter genommen. Er stellt sich jetzt neu, deswegen war das gerade, äh, hat er auch so viel Level gehabt. Ich hab mich auch gerade halt gewundert, aber, okay. Ab zu Bakro. Gary? Komm her, komm her. Das ist der Erste, der sterben wird. Nein, den schafft man doch nicht. Doch, komm her. Corrupted sind das. Corrupted. Der hat 200 noch was Levels. Ist egal, komm, 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 schafft was, komm, scheiß drauf. Schafft was, der Schneekel hilft doch mit. Okay, er blutet, oder? Nee, nee, er blutet doch gar nicht. Ja, er blutet. Echt? Ja. Okay, der haut drauf. Alter Schwede hält der viel aus. Komm, 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 wir kriegen übelste Erfahrungspunkte, wenn wir den jetzt schaffen. Komm, 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 du Corrupted-Fiech. Keine Ahnung, was... Ja, er ist tot. Yeah. Wir haben Corrupted-Noodle bekommen. Nudeln? Nur Duel haben wir bekommen. Keine Ahnung, was das ist, Leute. Okay. Okay, ähm, okay, ich, äh, 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 da oben ist ne Raptor, ich muss Gewicht verlieren und dann gehen wir hoch zur Batto. Ich glaub, ich glaub, das schaffen wir nicht. Nee, nee, das schaffen wir auch nicht, ganz ehrlich. Ey, wir haben gerade Peer getroffen. Ehrlich? Der war da, wo du vorhin gestorben bist. Nee, was macht der denn? Ich, ich weiß nicht, der war da auf einmal oben auf dem Felsen. Ich dachte, du wärst das gewesen. Äh, nö, eigentlich nicht. Also, ich, äh, ganz ehrlich, ich hab grad versucht, mal eine Leiche zu holen. Da kamen so viele, ey. Ja, ich wollte dir helfen damit, aber das, das klappt nicht. Das, das, das schaffst du nicht. Nee, nee, das schaff ich auch nicht, ganz ehrlich. Aber das ist geil, dass du schwer hast. Das find ich geil. Sag, pass auf, wir müssen jetzt auch erstmal los, ne? Ähm, wir, wir wiederholen das mit dem, äh, Schwefelgebiet. Ja, definitiv. Ich hol mir auch ein Sabertooth am besten. Hier laufen ganz viele rum und danach kann man richtig loslegen. Ja, könnte man auf jeden Fall machen. So, dann auf jeden Fall, lebe wohl. Oh Gott, nee, alles gut. Okay, dann lebe wohl und bis zum nächsten Mal. Yo, bis morgen oder so. Yo, ciao, ciao. Ciao. Komm, Gary, komm. Was ist das denn? Ein Hologramm? Das ist die Erde. Das ist die Afrika. Die Kontinent. Echt jetzt? Ja. No way. Ich will nicht sterben. Äh, warte, warte, warte. Ich, ich, ich helfe dir, ich helfe dir kurz. Komm, weg mit dir. Weg, 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 weg. Ameise. So, was sehen wir hier? Leute, wirklich, das ist Australien oder nicht? Nee, warte mal. Nee, das sieht so komisch aus. Doch, warte mal, das ist Australien jetzt. Du nervst mich, die Fliege macht wie Vulu. Na, die Fliege tötet dich doch nicht, oder? Jetzt wollen wir noch was noch weg. Ach, die schaffst du alleine oder nicht? Alter, what the fuck? Ja. So, jetzt ist sie tot. Lass mal kurz mal gucken. Ich glaube, das ist Australien oder nicht? Ja, aber wenn du rumgehst, du siehst sogar Europa. Leute, man sieht alles. Es dreht sich sogar. Hier ist Afrika. Hier ist Afrika. Alter, Leute, wie geil. Südamerika. Leute, wir sind wirklich auf die Erde. Wir sind wirklich da. Kann ich da drauf? Natürlich kannst du da drauf. Oha, ich beam mich mal weg. Beam mich, Scotty. Scotty, beam mich hoch. Geil. Alter, geil, Leute. Wir werden so viel noch entdecken. Das ist heftig. Da ist sie, die beiden Jungs. Links, komm her. Wo? Hier, 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 vor uns sind zwei Männer. Hier? Ja, ja. Wer ist das? Hab ihn. Hab ihn. Der Nino. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Alles klar. Nino. Du hast die Facht getötet, Alter. Bitte, bitte, bitte. Komm meine Energie an, Pia. Was geht? Alter, ich hasse euch. Ach, alles gut. Geh dich mal, Alter. Ist ja eklig, Alter. Wir leben auch schon sehr lange hier, ja? Ja. Ja, 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 sagt der Ledermensch. Und das sagt der nackte Mensch. Oh Gott. Warte mal. Ist ja jetzt nicht schlimm. Ich hab ja nichts, wenn Männer zu Männer sich hingezogen gefühlt. Aber ihr seid beide nackt. Es schwimmt hier beide. Das sagt der in seine Frau neben ein Kack. Okay, okay. Okay, okay. Ist das der normale Raptor? Kann ich angreifen? Ach, Schiff, ja. Ach, scheiße. Ich mach neutral, ich mach neutral, okay? Der Dings-Raptor ist noch nicht dort. Der Tekt, der war da gar nicht. Ist die Raptor noch neutral? Ja, 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 ja. 184. Scheiße. No way. Die greifen echt immer noch an. Komm, Junge, ich schaff das. Ich glaub nicht, dass die es schaffen. Doch. Ich weiß es nicht. Autschi. Bitte greift an. Bitte greift weiterhin an. Jui ist hier. Jui, du machst nichts. Jui, du kannst angreifen. Komm, ich geh auf mein Raptor drauf. Sie stirbt. Sie ist runtergefallen. Sie ist runtergefallen. Kann sie ein Bolat? Nee, ne. Pass auf, stopp' ihn runter. Scheiß drauf. Ich, ich schwebe. Ich bin... Gary. Ich, ich lebe noch. Ich lebe noch. No. Du scheiß Fliege. Pot ist tot. Pot ist tot. Ja, durch die blöden Kaprosuchus. So, Freunde, passt auf. Also, wir sind überall rumgegangen. Haben mehrere Tech-Raptoren gefunden, ne? Aber der Ark ja so dumm ist. Und jeder greift sich an. Ist egal wer. Die greifen sich alle gegenseitig an. Die wollen sich alle gegenseitig töten, ne? Und... Gary, pass auf, dieses Ding will ich töten. Warum das denn? Ich weiß es nicht. Ich hab doch gar nichts gemacht. Leute, also eins verstehen wir nicht. Manche Dinos greifen einfach an, aber aus irgendeinem unerklärlichen... Pass auf, der will mich auch gleich angreifen. Ich schwör's dir. Ich schwör's dir. Was sie sich dabei gedacht haben. Aber die Dinos möchten alle sterben. Megatherium wird böse und, und, und. So, wir zählen uns jetzt auf jeden Fall den Stego. Und, äh, ja. Das wird unser Hauptziel jetzt, äh, am Ende. Sechs Stunden später. Das kann nicht sein. Hä? Nein. Nein. Ey, ey, really? Schade, dass man jetzt nicht die Two-Porn zeigt. Ey, no way. Leute, wir haben, keine Ahnung, wir haben circa so 20 Minuten auf ihn geschossen, auf ihn geschlagen. Und was passiert? Das kleine Mistvieh stirbt, ey. Oh, no. Na, Leute. Auf jeden Fall war's das erst mal wieder von der weiteren Folge ARK. In der nächsten Folge werden wir wieder Dinos haben. Wir werden Dinos 10 gucken. Vielleicht starte ich jetzt auch einen Livestream, äh, auf Twitch natürlich, wo wir uns ein paar Raptoren-Armee holen. Weißt du? Weil wir haben ein bisschen Verschleiß. Sagen wir's mal so. Na, Leute. Auf jeden Fall war's das erst mal wieder von der weiteren Folge ARK. Wenn's euch natürlich gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Kommi und einen Like da. Also, bis zum nächsten Mal. Tschuhu. 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 Tschuhu.